Willkommen zurück bei den Flachpfeifen und Rocket League Ranked mit Patrick, Michel und mehr. Ardidar. Das ging schnell. Michel da? Michel? Das ist nicht abgemeldet. Das ist nicht gut. Du bist ja doch da. Ich war die ganze Zeit da. Ja. Nur viel da. Ohne Brüste habe ich die ganze Zeit da. Michel, guck mal. Ich hatte das gleiche Problem. Du bist da sein, Patrick. Das nächste Mal sagst du was, dann spielt man anders. Warum ich habe niemals gesagt, dass ich nicht abgehauen bin. Ich erinnere nur an die letzten drei Male, wo du... Ja, so kann ich auch passen. Das ist ja mal voll für ein Arsch das Spiel. Das geht hier ab. Ich habe schon Panik auf. Ich habe schon Panik auf. Ich habe schon. Ich habe hier. Ja. 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 Das darf doch wohl nicht neu sein. Was für Verklacker! Das ist nicht zu fassig. Guck dir das an! Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Das war, wir werden aufgeben und nochmal versuchen. What the fuck geht die ab? Die sind definitiv aber nur ein Spielniveau. Die sind einfach nur scheiße, ist alles. Was war das? Ich bin wieder runter auf Gold 2 Liga 2. Damit was zu rechnen würde ich mal behaupten. Ich bin wieder auf Gold 1. Ich bin wieder auf Gold 2 Liga 2. Ich bin wieder auf Gold 2 Liga 2. Ich bin noch eins. Boah, die haben doch doch tolle Avatare. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ey, was soll denn das? Ich darf die Bälle nicht mehr. Kann ich nicht noch mehr antippen. Ich darf die Bälle nicht mehr antippen. Ey. Was soll das? Ist es jetzt? Ja, scheiße. Nein! Oh. Da ist der Ball auf einmal langsamer runtergekommen als ich das gedacht hatte. Willkommen im Club. Da war der auf einmal da am Boden. Ey. Immer so Zentimeter daneben. Ich weiß nicht, wo er uns liegt. Oh. 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 Der Scheiß. Ja, aber Hauptsache mal, mir vor die Karre fahren kannst du wie der Erste. Du bist mir hinten reingefahren und zwar zweimal hintereinander. Das kann ich. Und das kann ich. Oh. Dammit. Hopp. Das war der Team und dann. Das geben. Und dann von... Auf und nur Toast. Ja, klar, ey! Das ist echt vergessen. Das ist nicht geklappt. Was? Okay, Troja. Leeres Tor. Keiner drin. Was? Alter, ich werd hier wieder nötig. Was? Alter, ich werd hier wieder nötig. Ich geh auf. Wie hat er das denn jetzt geschafft? Keine Ahnung. Der wollte mich haben und hat mich da unten gedrückt. Alter. Was soll das? Was soll das? Was? Meine Fresse! Kannst du aufhören, Touchball zu spielen? 60 Sekunden mehr auf der Klau. Immer wie blind auf den Ball los zu semmeln. Oh. Oh. Shit. Oh. 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 Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Bullshit, sowas. Ja, das ist verdammt. Das ist verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020